Genau, das brauche ich noch, Cauldron und Wolle? So, das Loch? Was ist das hier? Ja. Hast du ein neues Loch gemacht? Ja. Brauchst du Wolle? Äh, für Endertanks, da brauche ich, das heißt ich brauche drei Wolle, genau, drei Tanks erstmal, also drei Wolle. Achso, du greifst dich gerade runter, okay? Dürfen wir ja noch haben, irgendwo, hoffe ich. Wolle, weiß ich nicht. Na, ich mache mir aus Strings einfach mal Wolle. Können wir mal Eisen hier zum Mitnehmen? Nein, hier, mach doch nicht hier, vertrau mir, bitte. Ich vertraue schon, aber wenn es Strings weg ist, dann nehme ich es zurück. Äh, Stahl ist hier. Cauldron, für Cauldron brauche ich mehr Eisen. Es fällt schon direkt in Lava. Haben wir genug Eisen, ist die Frage. Was ist das jetzt, äh? Bullshit. Molten Steel, also Steel wird hier gerade gemacht. Äh, darf ich mir schnell Eisen machen? Äh, lass mich kurz, äh. Ja, ja, mach du mal. Aber ich habe ja noch 23. Also, wenn du Eisen brauchst, ich habe auch noch ein bisschen da. Ich habe keine Ender, Enderpelle dabei. Äh, Mob Drop. Mob Drop. Ja, ja, ich habe, ich habe sie eigentlich. Ich müsste doch da, habe ich doch dabei. Was habe ich denn? Was sehen wir denn jetzt? Warum kann ich jetzt hier nicht Fragezeichen machen? Ach, weil ich keine Cauldrons habe, die muss ich erst bauen. Oh. Ich bin so, ja, ich bin ein bisschen durcheinander gerade. Ja, Volk, ich habe fast mein Stuff. So in etwa. Ja, ich freue mich auch gerade, dass ich das hin kriege. Ach so, ich dachte, du machst jetzt für mich irgendwie so ein bisschen, aber okay. Was? Alles okay. Was ist das, was ich meine mit? Naja. Naja. So, drei. Das ist das zu Tabel. Da. Zack, 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 zack. Lass mich kurz etwas Inventarmanagement betreiben. Zack, zack. Wolle, zack. Bam. So. Das, 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 das. Das, das, das. Gut, das bedeutet... Wozu habe ich die Wood Gears? Keine Ahnung. Dimensional Anchor, Pumpe, habe ich hier. Endertanks habe ich. Das habe ich. Iron Fluid Pipe, Wooden Transport Pipe, ist alles schick. Genau, die Iron Transport Pipe wollte ich noch. Ich habe was cool aus dem Graben. Jetzt brauche ich davon zweimal. Oh, oh nein. Ich muss den Kaktus schmelzen, genau. Äh, Kaktus schmelzen, genau. Schmelz! Kaktus schmelz! Den Kaktus schmelzen. Raten. Als nächstes auf der Agenda, was steht da? Kaktus schmelzen. Okay. Hätten wir den Quatsch auch. Ja. Genau, den brauche ich aber eigentlich nur indirekt, so. Die Pistons waren, glaube ich, noch über. Gut, jetzt werde ich erstmal den ganzen... Wie macht man nochmal eine Piston? Äh, der untere Teil... Man gibt es uns in die Reiste ein... ...vier Stein. Ja. Auf den oberen Seiten, danach oben die drei übrigen Holz in der Mitte und eine Redstone. Und dann ein Eisenbaum. Ach, genau. By the way, ich liebe diesen Musiktrack, der gerade läuft. Wir hören ihn nicht, darum sind wir jetzt alle traurig. Könnt ihr dann in der Aufnahme hören? Aber nur bei mir, bei... ...Failord auf dem Kanal. B-B-B-B-Punkt. Du musst den Rest dann gerne nicht... ...youtube.com slash der HBK immer noch, weil... ...man kann ja eine URL nicht ändern, nachdem man eine hat. Goldi. Was dumm ist. Ja. Das ist YouTube. Komm, bitte zu mir kurz. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Wozu habe ich die Wundengears? Das, 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 das. Habe ich... ...habe ich den Tag zu viele Wundengears gebaut oder brauchte ich die noch für irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Und ja, ich denke gerade laut. Ist egal. Okay. Siehst du dieses Erd da, dieses gelbliche, helle? Ja. Egal was es ist, aber hier ist viel. Draußen wird dunkel, das Pen. Paris, meinst du? Ja, was ist das? Äh, ich komme gleich. Ich weiß nicht, was für welchen Mod das war, aber ich erinnere mich daran, dass Razzarvers für sein Modding gebraucht hat und es selten war und mich angeschissen hat, also ich es geschmolzen habe. Aha. Ich muss gestehen, ich kenne mich mit Thermal Foundation nicht aus, also da kann ich schlecht sagen, was gut und geil ist. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gar keine Kobbels mehr, aber da muss ich einfach nur zu Gruber oder zu unserer Dingens rüber gucken. Ja, da ist genug. Gruber war halt nicht mehr unter. Stimmt, der ist ja gar nicht mehr da. Gut, dann hast du dein Shit, dann hau ich wieder ab, ja. Ich bin kein großer Fan von Mining. Okay, irgendeiner hat hier eine Kobbel-Transport-Pipe kaputt gemacht, wodurch die eine Kiste nicht mehr angesteuert werden konnte, aber ist kein Problem. Aber bestimmt der Zombie, den ich gesehen habe. Ich denke gerne, der Gruber, der explodiert ist, aber okay. Der explodierende Zombie, den ich da gesehen habe. Nee, ich habe ein Zombie mit einer... Oh Gott. Da war ich plötzlich die Etage tiefer. Ich baue so und ich sehe nur links wie ein Fail-Aus vom Himmel fällt. Alles gut. Das war so goldig. Nee, ich habe einen Zombie mit einer Pipe in der Hand gesehen. Oh, dann hat er vielleicht, der Creeper hat die gesprengt und der Zombie hat die dann einfach geklaut. Boah, immer diese Fladeranten. Nimm mal diese polnischen Zombies, das ist furchtbar. Was ist bitte ein Fladerant? Fladerant ist Klauen auf Österreicherisch. Ja, Fladeranten sind aufdringliche Diebe. Also wie zum Beispiel Teenager, die eiskalt vor dem Ladenbesitzer der CD einstecken. Ah. Das ist ein Fladerant. Ah, okay. Ich brauche eine Wrench. Okay, kriege ich hin. Ich wollte gerade sagen, die lässt sich ja relativ einfach basteln. So, habe ich jetzt alles, was ich brauche. Das, das. Das, das. Davon habe ich jetzt genug. Davon habe ich genug. Okay, ich mache jetzt mal... Schalter brauche ich noch. Meine Energieversorgung zu Ende. Meine muss ich noch im Nether und sowas. Nether. Nether. Nether Flanders. Ähm, ähm, nether bauen. Nether whatever. Ähm, Carly? Ja? Hast du hier Stonebrick gesetzt? Oh, oh, oh. Nein. Könnte ich gewesen sein. Das ist von der Stadt über uns. Achso. Ich habe nichts gesagt. Ja? Nö. Oh, ne, warte, du hast recht, das ist von der Stadt über uns. Hier sind die Stadtmauern. Ich habe sie gerade unterirdisch gefunden. Was ist das? Habe ich? Ich habe erst gedacht, oh mein Gott. Ne, hast du nicht. Struggle. Nein. Nein, stopp. Ah, stimmt, die habe ich noch nicht gemacht. Scheiße. Sag ich doch, hast du nicht. Aber glauben tut er mir nicht. Natürlich glaubt er dir nicht. Nein, mein Tod. Eigentlich hat er mir nicht zugehört. Ich glaube dir auch nicht zugehört. Ich habe dir zugehört. Aber ich dir nicht. Seit wann hörst du mir zu? Keine Ahnung. Warum hörst du mir zu? Blöd. Ich habe nicht gefragt warum, sondern seit wann. Aber ich habe gefragt warum. Weil ich fucking außen bin? Ah, okay, Punkt für dich. Nein, du bist nicht, Mann. Nein, du bist nicht, Mann. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, wer wäre mir böse, wenn wir aufhören? Ich. Ich nicht. Ich im Grunde nicht. Also ich bin gerade noch ein bisschen Zeug zusammensammeln für mein Zeug. Ja, ich mache mein Stück noch fertig und danach. Ich renne auch noch zu meinem Todespunkt. Warte. Gib mir eine Pickaxe. Bleib vorsichtig mit der Crankypank. Crankypank ist sehr empfindlich. Ja, ich will drauf gehen. Okay, fast fertig. Mir fehlt nur noch ein Block. Oh, scheiße, ich habe dir die Pickaxe gegeben. Ich wollte jetzt einen Block aus Scurgeys-Jagd von ganz oben rausnehmen. Ich habe dir die Pickaxe gegeben. Teleportiert sich ein fucking Enderman. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Fläche eventuell für Weed und so. Dann ist das alles auf einer Höhe. Gut. Das ist fertig. Jetzt brauche ich nur noch... Also ich mache jetzt wirklich nur Kleinkram, weil wir halt so gut wie am Ende der Session sind. Oh Gott! Alles, was ich mache, ist... Brauchst du Hilfe? Ähm, nee, ich muss nur lernen, wie mein Treppen richtig geht. Leiter? Ähm, das erstes steigst du auf die erste Treppe. Stahl, Stahl, Eisen, Stufen. Danach steigst du auf die zweite Treppe mit deinem anderen Fuß. Ja, habe ich versucht, hat nicht gut funktioniert. Da kann ich nichts für. Nicht versuchen, auf einem Fuß die Treppe runterzuspringen. Nicht mit einer Schere in der Hand laufen. Weil ich hier glaube, das ist alles so einfach. Nein, ich bin blond. Das funktioniert so. Bist du blond? Warum hat der jetzt... Okay, egal. Was ist? Okay. Das ist sowieso nicht mehr so viel. Hat dich gerade nicht so im Kopf, dass du blond bist. Das ist jeder, Brunnen. Scheiße, blond. Blond. Also nicht hellblond, blond, aber haltelblond. Doch. Ich bin Straßengüterblond. Ich auch. Ich bin Kastanienbraun. Also bei mir ist das ja... Habt ihr das damals mitgekriegt mit diesem komischen Kleid? Ja. Also es ist entweder Gold... Achso, ja. Ja. Gold-Weiß oder Schwarz-Blau. Nee, 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 nee. So ähnlich war es eine Zeit lang bei mir im Livestream. Und zwar war dann immer die Frage, sind meine Haare hellbraun oder dunkelblond? Ich habe keine Ahnung. Bitte. Und viele Leute sind sich immer noch nicht einig darüber. Du hast jetzt die uralte Diskussion neuerfach. Die Tore von Mordor werden sich wieder öffnen. Richtig. Und dann kommt die Frage... Dann kommt die Frage mit dem Huhn und dem Ei und so. Welches ist blonder? Und... So. Eine dieser Geschichten war gerade erfunden. Entweder die mit meinen Haaren oder die mit dem Huhn und dem Ei. Ihr könnt sie ja euch... Ihr könnt euch ja selbst ersuchen. Ihr könnt ja googeln, schreibt die Antwort in die Kommentare. Hei! Hei! Heilige Scheiße! Nämlich... Hei! Geil! Wo denn? Kommt mal kurz her. Alle zu quarrying. Jetzt aber sofort. Ganz viele Diamanten? Nein. Ich muss euch einfach mal zeigen, wie die grad abgeht. Was hast du gebaut? Achso, mit deiner neuen Energieversorgung. Ja. So. Jetzt... Kommt das. Goldi, Augen hierhin. Oh! Okay, da kann meine nicht mithalten. Und durch was bezieht das Ding seine Energie? Das hier. Äh... Das Ding frisst Gelorium. Sprich... Es ist wirklich ein Atomreaktor. Ah, okay. Aber... Und das Gelorium, da haben wir auch genug, um das Ding dauerhaft in Betrieb zu halten. Weil jetzt ist die stehen geblieben. Ja, hier drin ist genug Gelorium, um mitzuhalten. Ups. Wenn ihr was braucht, kommt ihr wieder in den Graben. Kurz was. Geht's wieder in den Graben! Es ist... Ja, dann ist es am Bedwalk angekommen. Aber dann müsste sie nach oben gehen und wieder auf Ausgangsposition, dann ist er erst ganz unten. Aber der macht nicht mehr weiter. Ja. Und das liegt nicht an meiner Energiequelle, weil die läuft heiß gerade noch. Gruber und deine Armee ist auch schon ganz unten angekommen, da kommt auch nichts mehr Neues hoch. Muss ich bald verlegen. Also muss ich jetzt meine Quarry verlegen. Äh... Am besten vielleicht ja. Okay. Aber Vorsicht, nicht, dass du die versehentlich irgendwie abbaust und nur den Dingens bekommst. Ähm, versuch die mal... Also mach die mal eine Ranch, damit du die vernünftig abbauen kannst. Ranch? Ich glaube mit der Ranch war das. Es gibt eine Ranch, womit man die, glaube ich, vernünftig besser abbauen kann. Weil du sonst, glaube ich, nur den... Diesen Block da in der Mitte bekommst. Diesen Machine Block. Ja, den brauche ich doch nur. Du brauchst die. Aber dann musst du die Quarry neu aufbauen. Du brauchst ja nur die Quarry. Richtig. Deswegen, ich weiß nicht, da musst du vorsichtig sein. Oh Gott, was machst du? Aber ich erinnere mich auch an, dass du irgendwas in der Richtung war. Ich hab nur, äh, Input und Output geändert. Ich mach jetzt mit der Pickaxe. Was geht's? So, ich hab die gesamte Quarry wiederbekommen. Okay, okay, gut. Ich war mir nicht ganz sicher. Bei irgendeiner Maschine ist es so auf jeden Fall, ich erinnere mich schon. Nein, ich geh jetzt nicht runter, ich geh jetzt nicht mehr runter. Was machst du in unserem scheiß Haus? Was willst du hier? Wer? Pleito. Äh, haben wir, haben wir, haben wir noch Transportpipes irgendwie? Äh, ich hab noch ein paar Iron Transportpipes, die ich nicht brauche. Iron, ich bin fertig für heute. Ja, Iron ist schneller als Kobbel. Okay. Gut, alles was ich machen möchte, ist oben gerne... Habst du dir ihn geworfen? ...fertig bauen, dass ich oben gießen kann. Wenn ich oben gießen kann, dann ist das mein Ziel vorher erledigt. Na gut, aber wenn du jetzt eine bessere Energieversorgung für die Quarry hast, dann... Musst du deine nicht mehr machen, richtig? Na, meine Energieversorgung mache ich trotzdem noch. Da packe ich dann zum Beispiel auch den Pulverizer mit rein und so. Stimmt. Ja, das wäre gut. Also, ich glaube, meine Energie ist für außerhalb gut und deine für innerhalb. Also, mal schauen, aber ich hatte halt auch damit gerechnet, dass ich vielleicht noch eben einen zweiten, also eins an deine Quarry mit ranpacke. Eben, damit es halt schneller geht. Aber wenn eins jetzt so schnell geht, da kann selbst meins nicht mithalten. Meine rast da irgendwie durch. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass der jetzt abgeht wie Schmitzkatze. Äh, deine hämmert da durch wie sonst nicht, was das stimmt. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. So, dann haben wir hier die Iron-Word-Pile. Übrigens, ich habe euch ja von dem Ring erzählt letztes Mal, ne? Der Splinch ist nie bei Enderman. Es ist das, was du gedacht hast, dass es ist? Äh, wenn ein Enderman mir zu nahe kommt und mich angreift, teleportiert ist ihn automatisch weg. Mit wem redest du gerade? Mit euch allen. Weil du gerade meintest, äh, was du letztens gesagt hast. Ich weiß nicht, was ich... Was soll ich denn gesagt haben? Du hast gesagt, dass Splinching wahrscheinlich das ist, dass der Enderman sich automatisch teleportiert. Achso, ja. Ja. Könnte sein. Hä, wieso kann ich denn das hier oben nicht ranmachen? Energie wird hochgefahren. What? Okay, gut. Also, das ist im Endeffekt das, was jetzt dann gemacht wird. Also, hier kommt dann Lava durch. Ich erzähle das mal für die Zuschauer. Alter. Und aus dem Lava-Gefäß wird sich dann der Lava-Gen seine Lava ziehen. Halt, 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 halt. Stopp, 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 stopp. Und dann hat er hier seine Energie. Aus, aus. Was tust du? So, kann er den direkt da rausziehen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe die Energie. Ich habe die Energie. Ich habe die Energie. Ich habe die Energie. Auf, 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 auf. Warum? Darum. Warum nicht? Genau, frag mich immer warum. Frag warum nicht. Der, der, der spuckt aus der Pipe die ganze Zeit meine Dinger, die, die, die Rohstoffe raus. Weil du keine Kisten angeschlossen hast. Doch, der sollte eigentlich durchtransportieren bis nach hinten zu Kisten. Tut er aber nicht. Der geht nur das eine Rohr nach oben und spuckt dann alles raus. Was? Hast du eine Wooden Pipe? Nein. Dann brauchst du eine Wooden Pipe. Ich habe den normal mit Stein gemacht. Ich wollte gerade fragen, hast du jetzt irgendwie Stein und Eisenrohre irgendwie versucht aneinander zu packen? Er ist so still, ich glaube ja. Ich werde gerade verkloppt. Und ich sehe den nicht. Sorry, Dude. Okay, welche brauche ich jetzt dann noch? Die brauche ich noch, die brauche ich noch, die Pumpe brauche ich. Den Generator brauche ich, die brauche ich, die brauche ich. Die Endertanks brauche ich. Den dimensionalen Anker brauche ich. Genau, und die Steine am besten. Also was ist nun, wann wollen wir jetzt eigentlich, wollen wir jetzt eigentlich, ich dachte wir wollten jetzt so gut wie aufhören oder so. Können wir noch kurz schlafen gehen, damit ich die Quarry noch transportfähig mache? Hi, bin im Bett. Da kommt gerade ein Greifen und hoch die Treppe. Tschüss. Wakey, wakey. Wakey, wakey. Tschüss. Oh, fuck the Griffin up, fuck the Griffin up, yeah, yeah, yeah. Nee, dann haben wir, dann machen wir hier so das hier, dann machen wir hier so. Dann hier und dann kommt da der Lava-Gen ran. Lava, 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 Lava. Gem, Gem? Lava auch, gern. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt so da ran bastel... Den Stein muss ich da auf jeden Fall so ran basteln. Nee, Lava-Gen, da ist der... Ah, jetzt ist er verbunden, sehr gut. Okay, haut hin. Alles klar. Jetzt muss nur noch gleich bald die Lava fließen, dann. Dann ist alles schick. Ja, also... Abmod, oder? Muni! Der macht Abmod, ich war letztes Mal dran. Ich bin dafür, dass Muni macht. Energie-Start. Ich glaube, Muni will nicht. Der ist immer noch so scheiße. Läuft die Quarry? Jetzt so. Also das mit den Iron Pipes... Funktioniert gar nicht, der spuckt es ja rum wie sonst was. Okay. Du weißt, dass Iron Pipes sortieren, ne? Nein. Tun sie? Iron Pipes lassen nur in eine Richtung Gegenstände durch. Du musst die Richtung markieren, durch die Gegenstände durchgehen, dann hast du wahrscheinlich die Durchgangsrichtung auf die Quarry gerichtet. Ach so? Ja. Kann ja nix auswählen, in welche Richtung der soll gehen. Du hast auf den Seiten ein Stück dickere, ein Stück Textur, wo es nicht durchsichtig ist. Ach so, ja. Ja, ja. Beziehungsweise... Jetzt läuft das so durch. Ne, muss ich das hier sowieso. Okay, ähm... Dann... Charlie, du hast meine Pickaxe noch, wo bist du? Äh, hä, hä. Ich hab meine Pickaxe nicht, nein. Oh, du bist ja tot, ne? Ja, ich hab übrigens gar keinen Bock, da runter zu laufen. Das heißt, meine legendäre Pickaxe, die ich vorher upgrade hab, ist jetzt weg. Ja. Die ist in der Hölle. Reb? Sie ist unten im... ...Bram. Ach so, ich dachte jetzt wirklich im Nether. Nein. Pulsier in der nächsten Session wieder hoch. Wir brauchen größere Kisten, oder? Die müssen jetzt geleert werden. Ja, weißt du, was mein einziges Problem ist? Ich hab hier ein Casting-Based und ich kann den nicht abbauen. Und da ist hier, äh, Zeug drin, dass ich nicht rauskrieg. Nächste Session. Ah. Ja, okay. Ja, nächste Session. Ja, aber mach ja nicht die Abmode, Moni, was soll denn das? Was? Dann mach ja nicht die Abmode. Wenn du die Abmode nicht machst. Weil ich noch konzentriert am Arbeiten, warum der rumspuckt wie... Keine Ahnung. Nächste Session. Ja, das ist ja schon gelöst. Ja, dann. Ja, dann Abmode. Nächste Session. Ja, nächste Session. Wow. Warte, ne Abmode. Nächste Session. Ja, ich kann keine Abmode wie ne Anmode. Sag doch nicht, du kannst das nicht, du kannst das. Moni. Glaub an dich selbst oder so ähnlich. Nein. Ich kann das Intro nicht. Aber das ist irrelevant. Eins von den beiden musst du ab heute immer machen. Andere Abmode. Sonst lernst du es nicht. Oh mein Gott, Chatround. Das war's mit dieser Folge. Dankeschön fürs Zusehen auch hier bei diesem Quatsch-Minecraft-Gedöns. Dieser drei, dreiviertel Stunden Session. Wir sind jetzt alle K.O. Ich denke, Uschi und ich gehen jetzt erstmal fett was futtern. Jaaa. Bis dahin sehen wir uns dann in zwei Tagen vermute ich wieder. Außer es ist Sonntag, dann seht ihr morgen noch ne Folge. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss. Bis dann. Bye-bye nochmal. Siehste, so simpel ist das, Gorgi. Einfach Müll labern und dann tschüss sagen.